Das heißt, Sie sind da reingefahren und dann sind Sie sofort drangekommen. Was mussten Sie alles mitnehmen? Also ich bräuchte eigentlich E-Card und am besten Fall so Meldezettel oder Zulassungsschein von Auto, wenn ich mit Auto gekommen bin. Ich habe keinen Meldezettel mitgehabt, aber Zulassungsschein habe ich mitgehabt. Und dann wurden Sie aufgeklärt, was Sie machen müssen, also einen Gurgeltest machen. Und wie hat das funktioniert? Ja, ich musste so von dem Naht so, also musste ich so eine halbe, 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 diese Fläschchen, musste ich gurgeln, 30 Sekunden lang. Und dann quasi spucken in die Röhrchen, was ich bekommen habe. Und jetzt kommt, dann wurde mir gesagt, also bis 72 Stunden kann das Ergebnis dauern. Wenn ich positiv wäre, dann werde ich angerufen und wenn ich negativ kriege ich Befund entweder per Post oder oder per E-Mail. Also innerhalb von 72 Stunden bekommen Sie das Ergebnis praktisch, wenn es positiv ist? Wenn es positiv oder negativ ist, ich werde sowieso verständigt in beiden Fällen.